Rote-Rosen-Vorschau Folge 3550 Kathrin wird zunehmend unsicherer, was ihre Beziehung mit Florian angeht. Florian spürt die Unstimmigkeiten, hält aber an den Plänen fest, was Anke sehr verletzt. Anders Leo, er rät Kathrin, mit Florian nach Lissabon zu gehen, auch, wenn sein Herz ihm was anderes sagt. Mia redet ihrem Vater ins Gewissen. Da beschwört die guten alten Zeiten. Aber Kathrin will nicht nach hinten, sondern nach vorn blicken und sich deshalb trennen. Carla und Philipp gelingt es, Feid zu Feid zu bringen. Florian ist überrumpelt. Durch den Presserummel rund um die Verhaftung, hofft Carla auf ein Lebenszeichen von Gregor. Aber das bleibt aus, und Carla gibt die Hoffnung auf, was Philipp optimistisch stimmt. Simon will mit Sarah zusammen sein, aber nichts mit dem Baby zu tun haben. Franzi und David sind skeptisch. Schon beim ersten Ultraschall kneift Simon. Doch David kann ihn überreden und Simon schafft es gerade noch pünktlich zum Termin. Ungewollt heizen Tina und Ben die Spekulationen zur Hochzeitsfotofrage an. Doch dann kommt ihnen eine Idee. Jesús Matze Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020